Aber wo muss ich denn dann lang, wenn ich zu den Artworks... Achso, ich seh schon. Ha! Komm, komm, wow, ich hatte... Boah! Alter Vater, alter Vater. Da hab ich jetzt gedacht, jetzt ist aus. Och nö! Ähm. Bam! Komm, komm! Oh. Ach, was sollst... Was machst du denn da, Prinz? Ernsthaft? Komm schon. Ja. Ja. Und kein Sand. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Na, weiß es jemand? Oder kommt jetzt wieder das ab dem Dahaka? Weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Wahrscheinlich ab dem letzten Speicherpunkt. Wo bin ich? Wo bin ich? Achso. Also doch, quasi ab dem Dahaka. Und ein Sand, wenigstens das haben sie. Komm, komm. Ja, 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 ja. Yay. Ähm. Wow, jetzt habe ich gerade echt gedacht. Wie in der Kamera, weil die auf einmal irgendwie... Anders war. Weg war. Und so. Irgendwie in der Art. Ich wollte eigentlich... Ich habe eigentlich gehofft, dass sie irgendwo Sand ist. Ja, was ist gerade so? Ich muss helfen, Mann. Hätte ich jetzt gerade zurückgespult, hätte ich hören können, was er sagt. Denn letzten Endes spricht ja der Haka einfach nur rückwärts. Ich will mich gar nicht umdrehen. Ich will wissen, wie weit er weg ist, aber... Mal gucken. Hey. Dann verarsche ich den Haka mit seinen eigenen... Ja. Wenn man dann... Mitten in so einem... Wandrennen ist... Aber das... Aber diese, ähm... Szenen, wo man vor dem Haka davonrennen muss... Die finde ich an sich gelungen. Die finde ich an sich ziemlich gut, muss ich sagen. Auch wenn normalerweise davonlaufen und so... Wahrscheinlich hat es niemand gesehen, oder... Aber ist ja auch vollkommen wurscht. Aus Resident Evil noch kennt. Dass es mir einfach nicht liegt. Ich brauche dafür einfach immer zu lang, um zu checken. Okay, hier lang. Bla, hier lang. Das muss ich machen. Alter. Prinz. Meine Güte. Wie zum Teufel kann man so ver... Meine Güte. Ernsthaft. Prinz. Jep. Und die Kamera mal wieder. Mal gucken. Ich will wissen, was der sagt, aber ich will nicht zurückspulen. Komm. Wie mein? Oh, nö. Ey, was... Warum denn, Prinz? Ernsthaft. Jetzt im Ernst, Prinz. Ganz im Ernst. Im Guten. Ich mein's jetzt wirklich im Guten. Warum lässt... Ich mein's doch nur gut, Prinz. Aber gut, diese Passage... Ist lang. Muss ich zugeben. Die ist lang. Jetzt meine Güte. Diese... Ja, ne? Und... Auf geht's. Wie heißt es so schön? Aller guten Dinge sind drei. Oder sind wir inzwischen schon beim vierten? Ich weiß es gar nicht. Meine Nase juckt. Ja, meine Güte. Ey, diese Kamera... Du hast mich will, Entstechnung. Heuchelbein. Okay. Eigentlich sollte man den rückwärts hören, in dem Fall. Also... Eigentlich spricht der nur rückwärts. Ja, komm. Äh, jetzt. Hier. Aber... Warum? Ja. Ist okay. Ist okay. Ich bin gut. Ja, ne. Ich werde da keinen Cut machen. Geht ja irgendwie... Vorspulen. Oder so. Alter. Das geht gar nicht klar. Im Ernst. Diese... Ich finde die ja gelungen. Aber... Ist doch ein bisschen... Ist doch ein bisschen arg lang, diese Passage. Auch wenn... Das gerade wirklich... Natürlich, es war immer mein Fehler. Das ist schon klar. Aber... Sie ist doch... Irgendwo alles in allem... Ein bisschen lang, diese Passage. Und wenn er wirklich so... Almighty. So allmächtig ist. Okay. Aber wieso steckst du jetzt nicht die Schwerter weg, Prinz? Geht doch. Ja, ja. Okay. Normalerweise kann... Normalerweise höre ich dich dann... Ey. Was? Warum, Prinz? Ernsthaft, die... Steht mir bei! Jetzt im Ernst. Die KI denkt... So viel mit wie ich in Mathe. Und warum springt der jetzt weg? Kann mir das einer erklären? Warum springt der da jetzt weg? Ich hab nichts auf dem Gamepad gedrückt. Bis auf Kreis gedrückt halten, damit er rennt. Aber ansonsten hab ich nichts gedrückt. Ich hab nicht X gedrückt. Im Ernst. Ich bin... Ich versteh's nicht. Ernsthaft. Ganz im Ernst jetzt. Ernsthaft jetzt. Und irgendwie bekomm ich gerade Hunger. Ich glaube, beim nächsten Speicherpunkt mach ich eine kurze Aufnahmepause. Hier kann man ja... Glaube ich, Pause drücken in dem Spiel. Dann würde ich mal kurz was essen. Dann geht die Aufnahme weiter. Irgendwie hab ich gerade Lust auf ein Pfirsich. Ich renne vor dem Dahaka weg und rede über Obst. Ein Gamer, der über Obst redet. Ja. Pizza, typisches Gamerfood. Ist klar. Aber... Ich hab keinen Ofen. Also ist nix mit Pizza. Und... Pizza in der Mikrowelle... Ähm... Nein. Ich weiß nicht, ob es Mikrowellenpizza gibt. Gibt's, glaube ich. Ich glaube, es gibt Mikrowellenpizza. Aber... Ich glaube, die schmeckt auch eher schlecht als recht. Aber... Ich weiß es noch nicht. Die sagt... Na also, endlich. Und wir. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Boah. Ernsthaft. Hahaha. Ausgelacht. Ja, er hat mich oft genug bekommen. Er hat mich oft genug bekommen. Aber... Es gibt doch irgendwo dann doch... Manchmal ist das einfach schön. Und die Frau weint. Ja. Obwohl... Ne, ich spiele noch ein bisschen weiter. Und dann... Ist wie ich... Puh. Ja, komm. Alter. Mach kein Terror hier. Dieses Ratespielchen geht mir so tierisch auf den Senkel. Im Ernst. Ich meine, wieso haben die das eingebaut? Das ist nichts weiter als Zeitverschwendung. Mehr ist das nicht. Oder gibt es hier für irgendeinen... Irgendwelche Anhaltspunkte... Okay, die muss ich zuerst drücken. Und dann das. Und dann jenes. Im Ernst. Im Ernst jetzt. Komm. Ihr erhaltet einen neuen Sandbehälter. Yay. Das muss ich jetzt nicht vorlesen. Da kann sich jeder denken, was mit gemeint ist. Da kann sich jeder denken, was mit gemeint ist. Okay, damit kann sie... Ihr wisst schon, was ich meine. Hoffe ich zumindest. Okay. Das ist kein Gegner für mich. Ich glaube... Yay. Danke, Bro. Das. Okay. Bäm. Yep. Gefällt mir. Das gefällt mir. Wieso habe ich gerade Energie verloren? Kann mir das einer erklären? Ich meine, es ist egal. Es ist egal. Ich will mich darüber nicht beschweren. Ich bin glücklich, endlich diese scheiß Verfolgungsjagd hinter mir zu haben. Ich will ehrenhaft sie. Auf die Beine. Hast du gelernt zu blocken, Digga? Hast du gelernt zu blocken? Das finde ich ja niedlich. So. Da war doch auch nichts. Okay. Der, der Haka hat hier irgendwo was kaputt gedonnert. Hätte ich mir vielleicht für... Okay. Yay. Oh. War es doch schon? Da war doch was da unten. Ach so. Okay. Hier bin ich. Okay. Aber... Ah. Das Ding auf Zeit war, war mir schon klar. Aber ich wusste nicht, wo ich hin muss. Ich meine, gut. So im Nachhinein betrachtet doch, ähm... Logisch, dass man dann da abspringen muss. Aber trotzdem. Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht.